Herzlich Willkommen zu meiner Einführung in die Marktanalyse. Die hier vorgestellten Methoden und Vorgehensweisen sind das Resultat meiner langjährigen Erfahrung als Leiter der Abteilung Business Development in einem global aufgestellten Unternehmen. Auch wenn sie vor dem Hintergrund der Anforderungen in Industriefirmen entwickelt worden sind, können die Verfahren und Tools sinngemäß natürlich auch in anderen Unternehmen, etwa Dienstleistungsunternehmen, angewandt werden. Marktanalysen werden in Unternehmen vor allem im strategischen Management für Zwecke der Strategieanalyse und der Strategieplanung, aber auch im Marketing und im Produktmanagement eingesetzt, wo Marktkenntnisse und Informationen von besonderer Wichtigkeit sind. Eine professionell durchgeführte Marktanalyse sollte Antworten beispielsweise auf folgende Fragen liefern. Welche sind die wesentlichen Markttrends? In welche strategischen Markt- und Kundensegmente lässt sich der Markt sinnvoll strukturieren? Wie hoch ist das Marktvolumen und wie entwickeln sich die jeweiligen Markt- und Kundensegmente? Was sind die attraktivsten Marktsegmente? Wie verteilen sich die Marktanteile der Firmen, die in den verschiedenen Segmenten aktiv sind? In der folgenden Präsentation werde ich einige wichtige Aspekte der Marktanalyse sowie eine Auswahl von Tools, die hier zur Anwendung kommen, vorstellen. Bei der Durchführung von Marktanalyse muss im Vorfeld geklärt werden, welcher Markt betrachtet wird und welche Märkte relevant in dem Sinne sind, dass sie überhaupt bearbeitet werden können. Schaut man sich nämlich konkrete Marktgegebenheiten an, also etwa Märkte für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen oder bestimmte Länder, dann können im Hinblick auf die Adressierbarkeit und Bedienbarkeit von Märkten typischerweise drei ganz unterschiedliche Situationen vorliegen. Erstens, der Markt ist generell zugänglich und wird auch bedient. Zweitens, der Markt ist generell zugänglich, wird aber nicht bedient. Drittens, der Markt ist unzugänglich und wird deshalb auch nicht bedient. Wegen der Abstufungen im Marktvolumen, die sich hierbei ergeben, spricht man auch oft von einer Marktkaskade, was die Darstellung auf dieser Seite sehr schön veranschaulicht. Gründe, weshalb ein Markt nicht zugänglich ist, können beispielsweise sein, nicht vorhandene Produktzulassungen oder staatlich geschützte Monopolstellungen oder Vorgaben für lokale Wertschöpfung oder gesetzliche Restriktionen. In allen anderen Fällen sind Märkte grundsätzlich adressierbar. Gründe, weshalb sie dennoch nicht bedient werden, können etwas sein, die Produkte sind wegen fehlender Funktionalität oder Performance nicht konkurrenzfähig oder das Preisniveau bzw. die Margen sind nicht attraktiv, die Marktdurchdringung ist mangelhaft, also die Marktanteile zu gering oder Kunden präferieren lokale Hersteller. Besonders solche adressierbaren, aber nicht bedienten Märkte bieten jedoch Potenzial für Umsatzsteigerungen oder Marktanteilsgewinne. Die Bedingungen und Erfolgschancen für einen Markteintritt müssen allerdings in jedem einzelnen Fall genau untersucht und gegen die Risiken und Kosten abgewogen werden. Erst nach einer gründlichen Analyse der betreffenden Märkte sollten eine Markteintrittsstrategie definiert und geeignete Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. Die Marktanalyse sollte dabei möglichst viele Aspekte behandeln, wie etwa Marktvolumen, Marktentwicklung, Preisniveau, Kriterien der Marktattraktivität, Konkurrenzsituation, Marktanteile, Kundenstruktur, Kundenwünsche, Distributionswege, Trends, Markttreiber etc. Einige dieser Aspekte werde ich nachfolgend genauer erläutern. Auf dieser Seite sind 11 Typen von Marktanalyse Dokumenten aufgelistet, die sich als Standardmethoden und Tools sehr bewährt haben. Diese Instrumente decken einen Großteil des gesamten Prozesses der Marktanalyse ab. Dieser Prozess beginnt bei der Analyse von Markttrends und Einflussfaktoren, den sogenannten Markttreibern. Nach der Marktsegmentierung mit der Definition und Abgrenzung des Zielmarktes folgt die Bestimmung der Marktgröße und die Prognose der weiteren Marktentwicklung. In der Regel gibt es eine Vielzahl von Sichten auf einen Markt. Dieser Tatsache wird mit der Bildung diverser Marktstrukturen Rechnung getragen. Dabei kann es sich um regionale oder technologische Strukturen handeln, aber auch um die Marktabdeckung durch verschiedene Branchen, Kundengrößen, Preissegmente oder Vertriebskanäle. In jedem Fall stellt die Einschätzung der Attraktivität des Zielmarkts anhand definierter Kriterien ein wesentliches Ergebnis der Marktanalyse dar, weil anhand dieser Einschätzung strategische Entscheidungen getroffen werden. Beispielsweise, wenn es um die Expansion von Unternehmen oder den Eintritt in neue Marktsegmente geht. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch die Kenntnis, wie sich die Marktanteile im Zielmarkt auf die verschiedenen Wettbewerber verteilen. Für jedes dieser bewährten Standardergebnisse existieren übrigens Tools in Form von Formatvorlagen in PowerPoint und teilweise auch unterstützende Excel-Dateien, die der Erfassung, Verwaltung und Aufbereitung von Daten sowie der automatischen Berechnung von Ergebnissen und der automatischen Erstellung von Diagrammen dienen. Diese kostengünstigen Tools können auch auf meiner Website www.strategie-und-planung.de bestellt werden. Musik Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!